Der Mann, der uns ins Viertelfinale brachte. Er ist selbst einen Elfmeter gegen Hohenstein ernsthaft gehalten und dann sensationell den Fünften verwandelt. Herzlich willkommen zum Viertelfinale gegen FC Oberlausitz Neugersdorf. Die Aufstellung sehen wir. Kamara Mohamed kann spielen im Pokal. Die Bank ist voll, also alles ist gesund und bereitet für ein gutes Spiel. Und die Neugersdorfer, die versuchten es immer über die Außen mit Flanken hinein. Wir sehen hier ein allerbekannter Bokajumo. War aber nicht so gut am heutigen Tage. Dann ansonsten sah es am Anfang so aus. Und ebenfalls bei uns auch durch Muzza. Und manch ein Vogel hatte sicherlich Angst, einen Ball abzubekommen. Aber ich kann versprechen, das Spiel wurde besser. Dann hier Flanke von rechts und er kann sich Jokanovic gegen Marek in der 13. Minute auszeichnen. Der Nachschuss, den fälscht da noch Muzza ab und kann die Situation retten. Hanna Backhaus bedankt sich bei seinem Spieler. War eine gute Aktion. Und dann nochmal das gleiche. Fast eine Kopie, aber mit weniger Druck für Marek. Und so kann Jokanovic auch da halten. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Aloy, der wieder viele, viele Wege gegangen ist, trifft hier jetzt den Kapitän. Wolf an der Hand. Der Schiedsrichter pfeift keinen Elfmeter. Und ich muss es vorwegnehmen, der Schiedsrichter war nicht am Ausgang des Spieles beteiligt. Also keiner seiner Entscheidungen. Jetzt gehen wir wieder zu uns, nämlich hier Aloy. Und da sind wir schon in der 40. Minute. bringt Kim Uwi wunderbaren Positionen. Aber da springt der Ball vorher auf. Und da geht der Ball am Tor vorbei. Und kurz vor der Halbzeit hier nochmal eine schöne Aktion von Urgen Gemischters. Aber es blieb beim 0 zu 0 zur Halbzeit. Dann gehen wir weit in die Halbzeit, in die zweite Halbzeit hinein. Es passierte nicht viel. Beide Mannschaften kämpften um jeden Ball. Und dann hier Pogacimo mit dem Kopfball. Und dann muss Josef Bekanowitsch den Ball zur Ecke lenken. Jetzt gucken wir einfach mal. Schaut mal die Nummer 11. Josef Marek, der duckt sich eigentlich schon beim Eckball. Läuft vom 16-Meter-Raum rein. Und er zielt das 1 zu 0 für die Gäste. Etwas überraschend. Da wirklich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Aber nach diesem Tor ging es nur noch in eine Richtung. Und zwar in die Richtung der Gäste. Unsere Mannschaft Inter Leipzig versuchte immer wieder nach vorne zu kommen. Und hier ein Schuss von oben. Gemischters. Da hält sich Merkel schützend die Hand vors Gesicht. Es gibt Elfmeter. Und den völligen Elfmeter verwandelt wer? Na klar, Kim Ovi. Eiskalt. Das macht er ja doch mit links. In dem Fall mit rechts. Und so stand es verdient. Hochverdient. 1 zu 1. Wie gesagt, ein sehr, sehr chancenarmes Spiel. Trainer Heiner Backhaus war auch sehr zufrieden. Und dann gab es hier diesen Freistoß kurz später. Kommt hoch hinein. Und dann springt Matula. Ne, der nimmt einfach mal den Kopfball zu. Und da springt der Ball vor Jokanovic. Auf und über ihn drüber. Traurig war er, weil so einen Ball, den darf man eigentlich nicht reinlassen. Und da sind wir schon jetzt in der 76. Minute. Da bekommt Aloy den Ball. Doppelpass mit Kim. Holt sich den Ball. Und dann aus 17 Metern. Was für eine Fackel. Aber da David Pokorni kann seine Mannschaft vor dem Ausgleich bewahren. Heiner Backhaus versucht nochmal, seine Jungs nach vorne zu schicken. Und das taten sie auch hier mit Kim Ovi. Schöner Ball. Wieder auf Aloy. Der gelaufen ist wie ein Wilder. Wie alle auch. Dann hier Hacker, Heirola. Und von hinten kommt Muzza. Aber auch da den hält Pokorni fest. Das war in der 89. Minute. Und am Ende siegt der Regionalliegist. Aber der überhaupt nicht so aufgetreten ist. Sondern beide Mannschaften. Ein sehr gutes Spiel gemacht. Vor allen Dingen in den Abwehrreihen. Und am Ende gewinnt der glückliche Sieger.